Konnichiwa, Bitches! Zurück bei Bioshock Infinite Burial at Sea. Ähm, so. Und letztes Mal ist sehr seltsamer Scheiß und Kunst passiert. Wir sind in einem Aufzug. Ich fang schon an zur Leine, weil ich voll... Hi, Fisch! Ja, ich seh's. Ryan sent the whole thing to the bottom. But it's a prison now. Why would Cohen have sent Sally there? I don't know. Everyone has needs. I merely provide a service for those who have the means to pay. You'll find your little bird in the housewares department. How many people do you suppose Ryan's got locked up in their place? Enough. Fontaine had amassed something near an army. Now they're down there, spliced up and wild. Alright, there's a dock up ahead. Takes a cold son of a bitch to do that to a living person. What's that? Burial at Sea. You read your residency contract with Ryan Industries? In perpetuity. We're all buried at Sea. Okay. Uh oh. Kann ich nicht schießen? Alter ich hab nur drei Schuss, was... Das geht doch nicht. Ich hab jetzt echt Angst. Das ist doch diese Fak... Ja. Oh Gott. Bitte sag, dass es hier irgendwo noch Ammo gibt. Jetzt trau ich mich echt nicht weiter. Nee. Wobei, was ist das? Nee. Was? Nee. Mann. Nee. Ja, ach komm, warum ist das jetzt auf... Ah Gott. Fuck. Kackte Scheiße, ich hab jetzt schon so ne Angst. Ja. B-bah. B-bah. Ja. Okay. Ich will nicht. Muss ich? Nein, ich hab keine Angst. Ja, ich hab keine Angst. Ja, ich hab keine Angst. Hier, hier glibt so ein Sachen. Ups. Ja, nimm den doch, wenn man das jetzt auf F ist. So ein... Hat sich das denn ausgedacht? Oh. Guck mal. Ja. Du weißt doch irgendwas. Wo kommst du denn her? Ich mein, sie kommt ja ganz eindeutig nicht aus Rapture. Sie kommt ja ganz eindeutig... Ja, wie soll ich da durchkommen, Mädel? Hallo. Hä? Kann ich den jetzt irgendwo benutzen oder was? Kann ich irgendwie... Ah. Ja. Goddamn grabber stuck. Mr. Dewitt. Someone's coming. Woa. Holy shit. Wat bist du denn? Was ist hier? Company man! Company man! Dude, wat? All right. I got the grabber unjammed. What would you do? Was würdest du denn finden? Look. What? Housewares. That's where Cohen said we'd find Sally. The store ran trams between the three buildings. We'll need to avail ourselves of that. Assuming it still works. Optimism, Mr. Dewitt. It helps in situations like this. Erstmal alles einsacken hier. Nämlich auch im Tee. Jetzt habt ihr nichts dabei. Wenn wir noch irgendwo... Schön, fein alles absuchen. Dann... Zur Tram. Ja, kommst du ganz rein, oder? Mann, siehst du jetzt scheiße aus. Voll verdreckt. When did you come to Rapture? Oh, it was, uh... Jeez. I guess around... 51? No. 48? That's a rather large gap. Time. Life I had before. Sort of becomes a blur. 49. 49 for sure. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, shit. Ja. Gib, gib, gib. Ich brauch die ganz dringend. Kannst du noch ein bisschen Ammo finden? Das wäre ganz großartig, man. Das gibt mir nämlich überhaupt kein gutes Gefühl hier ohne... Mr. Duitt. Schau. Well, there's the tram. That splicer had no problem with freezing a path for himself before. I'm sure he'll be happy to do the same for us. I have no doubt you'll prove persuasive. Oh, oh, oh. Was? Wo denn? Was denn? Was denn? Was denn? Das können wir machen. Oh, ich brauch echt dringend Ammo. Guck mal. Rapture und Eis ist auch gut. Nee, ich muss hier echt erst mal... Oh, ich hab so Angst, dass irgendeiner kommt und mich anspringt. Wie komm ich denn da rein? God dang it. Ich will da rein. Da liegt Zeug. Ich will da rein. Ich will da rein. Ich will da rein. Oh Gott. Zum Glück gibt's so viele Frauen, die Revolver-Munition in ihrer Handtasche mit sich tragen. Das kann ich auch gut gebrauchen. Ja, das wollte ich jetzt gar nicht. Das war ein Reflex. Ach, scheiße. Kann ich sein, dass Zigaretten wieder nüchtern machen? Ich weiß es nicht. Geld und so. Sonst haben wir hier nichts. Ja, kommen wir. Ich hab schon wieder so das Gefühl, dass ich hier gar nicht sein will. Geht mir das? Ja gut, dann gehen wir jetzt mal rein, wo wir hingehen sollen. Warte mal, das war hier mit dem... Nee. Gut, 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 ich hab's ja schon kapiert. Was ist denn das? Achso, das ist das Schloss. Hoppa. Es ist so gruselig. Aber ich bin halt auch so ein Schisser. Manu. Ha. Okayo. Ich kann keine Fallen legen. Ich hab nicht gehofft. Nein. Ich kann keine Fallen legen. Ich hab nicht gehofft. Tief. Das lief doch ganz gut so weit. Wo? Wo fällst du denn jetzt hin? Wo? Fuck, da kommen wir noch mehr. Ja, ja, kipp mich ganz dringend, bitte. Ich hab keine Ammo. Fuck, fuck, fuck. Was, V? Ich find V nicht. Ich find V nicht. Ah, Himmel. Oh, nein. Das gibt's doch nicht. Es ist auf leicht und ich versage. Aber die, die Kapuzen sind kaputt, oder? Ich hasse, dass immer so Leute irgendwie so von hinten zu schießen und so, weil das ist ja voll nicht nett. Aber ich hab echt Angst vor den Viechern hier, Mann. Ich weiß nicht, okay. Kommen wir hier noch, haben wir hier noch irgendwas? Okay, wir können auch da hoch. Aber da ist ja noch so ein, ne? Ihr wisst schon. Ich hab kein Lockpick. Dann halt nicht. Und meine Nase juckt halt so. Es ist echt nervig, nur fünf Schuss zu haben, Mann. Und so wenig Eve. Was ist hier? Was ist das denn? Ich hab Angst davor. Das ist so ne... Das ist bestimmt nix Uhles, oder? Gehen wir erst mal, gehen wir erst mal da lang. Alles gut. Ah, guck, da ist ein Lockpick. Ne, den Schampus lass ich jetzt mal stehen. Okay. Oh. Da? Ah. Aber nö. Jetzt, wo ich einen Lockpick hab, will ich auch endlich diese Tür aufkriegen, bevor wir hier nicht mehr hinkommen. Los. Weh, hier drin wartet jetzt jemand auf mich, Mann. Oh, das ist doch schon mal... Wie gedrückt. Ich muss mich entscheiden? Ja, da sind mehr Schuss drinne halt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Toll. Krieg ich auch mal für den Revolver. Oh, 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 oh. Schild. Weil... Warum gibt die mir denn... Ach, gut, hab ich doch noch. Da kann noch mehr rein. Das ist sehr schön. Okay, wir sind auf jeden Fall irgendwie... ...abwegen. Ja, ich seh's. Oh, shit, das ist ein... ...beschützt. Das ist schön, dass ich das jetzt weiß. Alter. Nein, das wollte ich nicht. Ihr seid aber auch elende Motherfucker, dass ihr hier überall Alkohol rumliegen lasst. ...der mir Gesundheit abzieht. Ups, das meinte ich jetzt eigentlich nicht. Ist schon... ...nach ein Lockpick. Dann haben wir das Minus gleich wieder ausgemerzt. Ich hab' immer so Angst, dass die mich anspringen, verflucht. Okay. Und wir hier hinter noch was. Nö. Okay, was genau hat's mir jetzt gebracht, hier runter zu gehen? Oder hab' ich in dem ganzen Nebel ne Tür übersehen, Nö, ne? Na gut. Hm, dann gehen wir wieder hoch. Mein Gesicht juckt. Es tut mir echt leid. Ah, da ist noch was. Toll. Munition für Revolver voll. Warte mal. Warte mal. Ach. Warum hast du dich ge... Ah, Schnaps. Wo kommen die denn alle her? Fuck. Ah. Nein, nein, nein. Geh weg. Oh, no, no. Verpüß dich. Ah. Ah. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah. Ah. Fuck, fuck, fuck. Alter. Wie hart das geworden ist. Willst du irgendjemand was zum Heilen dabei? Das wär mal voll geil, ey. Shit. Wo hab ich die denn jetzt alle umgemäht? Irgendwie hier? Ey, ich will nicht ohne Heilung weg hier. Ganz ehrlich. Kein Bock. Toll, Geld. Wenn ich jetzt aus Versehen irgendwas saufe, bin ich tot. Warum? Holy shit, Mann. Okay, ich warte jetzt, dass er sich wieder wegdreht. Das ist doch nicht erschreckt, Mann. Ah, Gott. No, no, no. Das ist schon scheiße, wenn man sich nur drehen kann. Okay. Oh, das auch. Alter, bitte. Das hier irgendwo, mach das hier irgendwo ganz zielig, wo meine Gesundheit ist. Sonst bin ich halt echt geliefert. Au. Oh. Na, 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 na. Rosen. Das Töten eines Feindes durch ein Plasmid verschafft hier etwas, Eve. Was hab ich denn an? Eine Einfachhose. Dann würde ich doch sagen, wir nehmen die direkt. Ach ja, genau, hier ging's ja. Hier ging's nicht. Ah, doch ging's. Ich fühl mich. Oh, da drüben. Können wir mal herkommen? Oh, shit. Ja. Heilung wär mir lieber, halt. Komm schon, Schild. Komm schon, Schild. Da ist die... Ah. Aber da sind noch welche. Waffenschaden erhöht sich, wenn der Spieler über Kim und Korn zielt. Ah. Ja. Gut, dann... dann ziel ich jetzt nur noch so. Warte mal, war Kim und Korn so, oder war das so? Ich weiß es nicht. Ich kenn mich doch nicht aus. Oh, Mann. Das ist so schlimm, wenn du weißt, dass da noch wer ist. Aber du siehst nicht, wo. ein kleiner Wermuts-Tropf. Gott, deine Seele. Was? Lizzie, wo bist du? Wo müssen wir denn hin? Oh, shit. Gut, dann haben wir jetzt schon mal Ruhe. Darum ging's mir jetzt erst. Und dass ich mal Sachen... Oh, wow, 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 was ist das denn? Von wegen Ruhe, ey. Himmels. Ich will kein Geld. Ich brauch Leben. Ai, 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 ai. Wupp. Das macht mich krank. So, haben wir hier jetzt irgendwo was Schönes? Ich glaube, ich trink das Bier. Stimmt, es zieht. Ich glaube, ich mich vorhin ein bisschen... Ach, kacke. Das wollte ich nicht. Ah, gucke. Gut, super Hammer. Wie gut haben wir gerade gefunden, ne? Das ist mit dem... Reichweite von Nahkampfangriffen... Dreifach... Was? Reichweite von Nahkampfangriffen... Dreifach erhöht und... Ach, ach so. Und Schaden verdoppelt. Ich hab den Schaden. Ja. Ja, ich nehm's natürlich mit, aber... Ich hoffe, ich hab's jetzt nicht angezogen. Kannst du bitte... Ich bin schon gar nicht mehr so entspannt wie am Anfang. Das hat mir vorher besser gefallen. Wo kommt ihr denn immer her? Oh, wow, wie viele! Oh! Ja, das ist gut. Oh, oh, oh! Oh, oh! Was macht's denn da? Ist das... Ist das hier, oder? Oh, Leute! Ein Glück! Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Die Folge ist vorbei. Oh, Hilfe! Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Der erste Feedback da und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Bioshock Infinite Burial. dem tollen Bioshock des Todes, was ich schon sagte. Egal. Wir sehen.